Wir sind Dragdolls gewesen, es hat mega Spass gemacht, wir spielen noch Bord & Soul, wenn ihr eine Zeit wollt, gibt es glaube ich irgendwo ein Merchandise-Stand, wo wir nachher kommen. Aber ich weiss es noch nicht so genau. Aber ihr findet uns, wenn ihr es nur genug fest wollt. Und auf jeden Fall, vielen Dank, wir sind Dragdolls gewesen, danke. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020